Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Episode haben wir ja dieses Rätsel hier gelöst und haben Goodies bekommen. Und jetzt ist dann eine Zeit, dass wir hier verschwinden. Wir haben hier alles erledigt. So. Irgendwie da so rüber. Aber wenn es geht, nicht zu denen hin. Bisschen weiter nach rechts. Okay, wunderbar. Ja, sie kommt vermutlich irgendwann später. Ah, da ist sie. Okay, Speedrun. Ich hoffe, das ist richtig. Ich würde unglaublich gern mal speichern. Weil ich habe nur noch zwei Stimpacks. Aber fort kann ich speichern. Sehr geil. Oh, da ist wieder das Wüsten irgendwas. Okay, hier rauf. Yes, dankeschön. Oh, unten eine Kiste. So, speichern. So, als erstes mal ausruhen und dann Fähigkeiten. Nicht... Ah, nee, Moment mal. Überleben. Ich wollte die Stimpack-Heilung besser machen. Reduziert die Zeit. Nee. Eins drüber. Yes. Sehr geil. Und Blockanzeige füllt sich schneller. Das machen wir auch. So, und dann hat es hier noch Boni. Kann ich die... Ah, ja, da. Boni. Ich hätte gern das noch und das da. Geil. Gieß der. Aufmachen. Uh, Kommandohose jetzt auch. Und da komme ich nicht rüber. Wir müssen da noch links. Ach, da hinten. Wie kommen wir da hin? Welche Flaggen? Könnt ihr abhauen? Ich will noch da hinten. Ohne, dass ihr auf mich aggressiv werdet. Wie kommen wir da? Draußen scheint man sich leicht verlaufen zu können. Dann ist es ja gut, dass du eine Führerin dabei hast. Gut gemacht. Alles klar. Nice. Jo. Ach, und die Freunde sind auch da. Aufpassen. Ich hab in uns. Ich fühle mich nicht besonders. Imperialen im Weg. Ich bin bereit für mehr. Die scheiß Dinger hier immer. Oh, was zum... Oh, was zum... Scanner ist ausgefallen. Ziel aufgehalten wird. Ach, Mann. Konzentrier dich. Ja, mach ich ja. Dankeschön. Noch einer? Oh, da geht's nach oben. Und ich glaub, irgendwas ist hier. Selbstmorddinger. Na, komm her. Gut. Das ist also nicht the way to go. Das ist dann die Abkürzung vermutlich von da oben. Ja. Einmal heilen. Gott sei Dank kann man da so viel. Warum? Alter. Könntest du mich nicht den... Alter. Und tschüss. Nice. Hä? Ich habe auf meinen Reisen jemandem in Not geholfen, sich vor dem Imperium zu verstecken. Das hat mich schließlich zum Faden führt. Nein, nein, nein. Okay, dann muss ich nach oben jumpen. So. Einmal noch dann links. Ach, du hast immer den... Ja, ist klar. Uh, knappe Sache. Aber es hat funktioniert. So, nach oben. Nein. Festhalten. Oh, dankeschön. Ja, das ist irgendwie nicht der einfachste Weg nach hier oben. So, Abkürzung. Bitte aktivieren. Nice. Ja, dann. Rein hier. Gehen wir zu Hause? Ah, warte mal, da haben wir... Naja, Bergbank mache ich eigentlich nicht. Ah, Kugel-Action. Naja, anders als wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man ja, wie es funktioniert. Jetzt kommt da nicht hoch. Ähm... Vermutlich über hier. Ja. Sehr gut. Naja, es sieht aber trotzdem nach einem weiten Weg aus. Das sieht nach Ärger aus. Wenigstens nach dieser Zeit. Einer für jede Schere. Muss das sein. Hallo. Ich gehe jetzt mal nach da oben. Was haben wir denn da oben? Eine Kiste. Nice. Und wieder Lackierungen. Kann ich... Super Move machen? Er ist fast tot. Nice. Hässliche Beister. Hast du einen Weg nach Tenelor gefunden? Noch nicht, aber wir haben einige Geräte aus der Zeit der Hohen Republik gefunden. Meister Cordova untersucht sie gerade. Sie und der Meister sind ein eingespieltes Duo. Seitdem sie sich den Tag angeschlossen haben, waren sie eine unersetzliche Hilfe. Bist du auf deinen Reisen irgendwelchen Jedi begegnet? Nein, Kerl. Sonst hätte ich mich bei dir gemeldet. Danke. Uh, Safe Point. Da hinten. Das war doch die Stelle, wo wir vorher gewesen sind. Gut. Eine Abkürzung zur CS-Basis. Ja, ist praktisch. Noch mehr. Wir sollten uns trennen. Nein. Wir treffen uns in der Nähe des Tempels. Lass doch... Ne, lass uns zusammenbleiben. Pass auf dich auf. Ich übernehme das auch, Passen, Kerl. Bist du dir sicher? Denn das mit der Wegfindung... Achso, und weg. Ach, nach da oben. Alles klar. Oh, Tür. Einmal nachsehen. Ja, natürlich. Machen wir Seite 5. Ah. Was? 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 Okay. Secret? Ja. Da. Ah, da wäre es noch wieder der Sessionspunkt. Ah, Mann. So, was? Geh mal wieder auf den Blaster. Und wir haben wieder so eine Werkbank. Nö, ich will dich nicht anpassen. Also noch nicht. Mal kurz schauen. Irgendwas übersehen. Nee, das Ding ist halt von der anderen Seite zu... Naja, egal. Oh, geil. Wieder Ärger. Ausgerechnet jetzt, wo wir allein sind. Nice. Kein Rätsel? Doch. 100%ig ein Rätsel. Hm. Einmal öffnen. Hallo? Öffnen? Okay. Griffgerechtigkeit. Was ist die Lösung hier? Moment. Ah. Äh, warum? Ah, jetzt. Äh? Ach so. Aber ich kann jetzt das Teil da... Mehr mal. Wir müssen irgendwie da rauf. Hä? Kann ich da nicht festhalten? Oh, hä? Ich komme... Hä? Hä? Ja, aber... Hä? Sieht einfach so ganz typisch danach aus, dass ich da irgendwie hoch kann. Kannst doch... Hä? Und ansonsten da hinten beim Tor... Nee. Auch nichts Spannendes. Hier... Auch nicht. Da oben drüber... Brauche ich es gar nicht versuchen. Wie komme ich da rauf? Hm. Wie geht's weiter? Vielleicht irgendwas mit dieser Plattform. Aber da kann ich mich ja auch nicht festhalten. Jetzt bin ich gerade... überfragt. Ich hätte wirklich schwören können... Ich könnte mich da festhalten. Das schreit ja halt einfach danach. Wieso geht das nicht? Ich... Mann! In dem Teil kann ich nichts machen. Darauf bringt mir auch nichts. Ausbeführt dann auch nicht. Ich weiß es nicht. Hier drin, ja. Da oben. Oh, da kann ich... Oh, Moment mal. Komm her mal. Kannst du was probieren? Kann ich hier so hochjumpen? Nein. Hey, aber... Wie soll ich denn dann hier... Das gibt's ja nicht. Wo willst du, dass ich hingehe? Hier ist Add-End. Und wenn ich danach ziehe... Komm. Es kommt ja sonst nix irgendwie runter hier. Eigentlich gut. Man hätte auch... von hier vermutlich hochkommen können. Aber er hebt sich nicht fest. Ähm... Nö, ich seh's nicht. Okay. An der Stelle... Glaub ich... Werde ich mal ganz kurz... Google befragen. Weil ich gerade nicht... Das ist, was ich hier machen muss. Also, liebe Leute. Ah, warte mal. Hier vielleicht noch... Nee. Dann zeigt mir das hier oben an. Offener W... Am Moment. Die kann da reingehen? Ich dachte, das wäre hier... Nur das Ding zum Ziehen. Oh. Hingabe bis zuletzt. Aber für welche Sache? Oh. War ja klar, dass... Oh scheiße, da kommen jetzt noch mehr. War's das? Was ist hier hinten? Ach so, das ist immer her. Ah, gut. Danke, dass ich Google nicht gebraucht habe. Auf einen Moment gedauert. Okay. Ähm... Abkürzung. Ähm... Ah, ist sie. Nein! Ja, ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Versuchen wir es nochmal, BD. Okay. Wo muss ich hinschwingen? Ähm... Wo soll ich denn schwingen? Darauf ist sie auch nicht. Oder doch auf diese komischen... Nee. Wo muss ich hin? Ich seh's auf... Hä? Das bringt mir doch nix. Oh, doch. Warte mal. Ich wusste, wir schaffen es. Irgendwann. So, und jetzt da festhalten. Dann kommen wir da rein, wo Zugwesen ist. Machen wir die Tür auf. Ja, BD, gleich. Lass mal die Tür aufmachen. Ah, BD. Ja. Was willst du hier scannen? Ach da. Nice. Karte des Pilgerparts. Ja, vermutlich Secrets, die wir dann erkunden könnten. Jetzt müsste ich mal in die Datenbank reinschauen. Die schritt ein einziges Mal. Oh, so. Stopp. Okay. Unten ist... Oh, geil. Sive Point. Keine Chance. Es ist zu windig. Ah. Wieder durch die Spalte. Und ich glaube, das bleibt noch eine begrenzte Zeit. Nice. Geschafft. Und speichern. Die Macht ist mit mir. Pfeifender Abhang. Was soll das Shuttle in etwa eintreffen? Das war dein letzter. Oh. Glaube ich nicht. Oh, das ging jetzt schnell. Die Frage ist, wie geht es für uns weiter? Hier runter vielleicht? Ah, Moment mal. Konnte ich das scannen? Nein. Okay, das geht wenigstens. Aber springen war ja jetzt nicht, oder? Ja, nö. Springen ist nicht. Boah, wenn... Wenn Springen keine Option ist. Ach, warte mal. Nach unten. So geht's natürlich. Und jetzt nach oben. Danke schön. Warum tut sich das an? Nein. Nice. Das wäre der Weg zu einem Hintereingang, oder? Hoffentlich findet sie einen anderen Weg für diese Flüchtlinge. Sie haben genug durchgemacht. Äh, ja. Der Weg... Äh. Der Weg ist nicht gerade praktisch, um hier viele Leute durchzubringen. Das sollte uns ein wenig Deckung verschaffen. Wow, 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 wow. Hm, da hinten jetzt wieder so ein Abkürzungs-Dingens. Soll ich jemanden... Oh, geil. Das hat funktioniert. Wie komme ich jetzt da rüber? Hä? Also da oben... Ich sehe es gerade nicht. Das ging ja dann nicht weit... ...zer hoch, oder? Ach so. Ah, ja. Und wer soll... Nein, 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 was machst du? Was machst du? Mann! Okay. Nochmal. Lauf, 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 lauf. Nein. Oh, es war wieder zu spät. Komm, 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 komm. Du schaffst es. Okay, dieses Mal hat es geklappt. Hörst du das? Das ist der Geist. Ganz ruhig. Das ist nur der Wind. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Diese Winde oder... Ich schwöre, wenn ich noch einmal Wüstengeist höre. Loll. Ich kann die komplett umgehen? Ja, okay. Wir lassen die mal in Ruhe. Oh. Also man kann hier wieder retour. Ah, und da wäre die Abkürzung. Ja, tun wir aktivieren. Wo schießt du jetzt hin? Ach, nach da hinten. Alles klar. Okay. Wisst du was? Ihr könnt es da ruhig noch ein bisschen Spaß haben. Vor allem Flammenwerfer macht. Bitte mal tut. Ja, nicht zu mir. Nicht zu mir. Komm, tüte ihn. Komm. Machen Sie ihn fertig. Oh, fuck. Und jetzt geht er für mich. Fuck. Geil. Ich habe nicht mal eine Chance gehabt. Oh, shit. Jetzt macht er einen Respawn. Oh, Gott sei Dank haben wir aber die Abkürzung noch aktiviert. So. Öh. Wow. Oh, krass. So. Oh, nicht, mein Freund. Okay, wir gehen auf Heavy Duty. Nice. Ah, und jetzt wird er das Gleiche. So, mach das mal fertig hier. Komm, geh auf den Frammerfer, Dude. Oh, tschüss. Ich könnte auch einfach schnell sein. Oh, und es geht los. Fuck. Jetzt. Nein, 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 nein Hala, ich ziehe nix Nice So, nochmal Ah, okay, der ist tot Komm, mach ihn fertig Tö, einer noch Er bringt uns ja viel Fuck Nein Nein, 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 nein Fuck, 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 fuck Na, scheiße Oh, geiler Move Sind die überhaupt auf irgendwas vorbereitet? So, konnte aber wieder nicht speichern Oh, warte mal, hätt's da hinten was verstecktes gehabt Ja, ich geh jetzt nochmal zurück Ähm, nach oben? Oder nach unten? Nach oben Wunderbar Moment, da hinten Naja, okay, da war nichts Gut Sind wir bald da Oh ja, einmal durchschneiden Ah, okay, ja Abkürzung geführt Moment Da wollte ich was kennen Schreite voran, Reisender Tritt ein Reintreten Oh, rein Ah, jetzt sind wir hier oben Nein, nein, nein Danke, Spiel Ah, und jetzt da hinten Wall run Ich kann speichern Ich kann speichern Geil Das ist da unten Kann ich nicht aktivieren Da wollen wir da herkommen Vermute ich mal Geh uns nicht mal nach der neuen Einheit Der Funkkontakt mit Ihnen Hallo Oh, da geht's nach oben Muss ich da hin? Ja, ist verschlossen Immer das gleiche mit den Türen hier Was? Moment Ach, da hinten Sagt das irgendwas über den Pfad aus? Ruhe, Reflexion, Führung Schreite voran, Reisender Ermutigend Ich schick das hin Ich bin selbst Ich schick mir rein Oh, okay Das sieht nach Stress aus Das Imperium ist dein Spielzeug mitgebracht, kommt weg Aua Alter Alter Nice Bitte scannen Den will ich für's Spiel haben Also für das Holospiel Auaund Da Kommen wir nicht nach oben Zumindest nicht ohne Mount Okay War das mal so eine Kathedrale hier? Groß genug wär's So Lauf hier Ähm Viel fehlt nicht mehr Schaff ich's da rüber? Nice Wir sollten vorsichtig sein Wir wollen schließlich nicht vom Kurs abkommen Also muss ich da auf das Gitter irgendwie rauf? Äh? Ah I see Und hier dann irgendwie Ah, das schaff ich doch nie Ähm Anderen Weg hat's auch nicht Probier's mal Und jetzt da rüber schaffen, okay Yes Yes Wir haben's geschafft Ich würd sagen, wir gehen dem Wind hier mal ein bisschen aus dem Weg Wow, 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 wow Oh, schau mal wie weit noch Ähm Wirklich da runter? Muss hier irgendwie mehr da rüber Nein Darüber Oh, geil Dann gewinnt Oh nein Ich schon wieder Waren das alle? Ja, okay Ja, der hat's nicht geschafft Ja, ich wär halt viel lieber zusammengereist, aber naja Wo ist unsere Fähre? Wir müssen verschwinden, bevor die Ausgrabung den Tempel erreicht Wir schicken noch eins Ich möchte in der ersten Reihe sitzen, wenn sie das große Geschütz ausprobieren Großes Geschütz Ah, das ist die Tür nach da hinten, okay Wir müssen nach da hinten Mh Ja, dann kämpf ich besser Ähm Das verschafft uns etwas Schwung Für? Achso Gegner nähert sich Ein Feind, der die macht uns Haha Nice Okay, da sind zwei Wege Dann gehen wir zuerst mal nach unten Oh fuck Warum so viele? Oh nein Fuck Fuck, weg 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 Was ist denn? So, war das jetzt alle? Und muss ich hier lang? Alter, alles Gräber hier Ola Lasst mich doch einfach in Ruhe So, Vierkeitspunkt Na? Uh, da ist was Ja, aber geil gestaltet Gefällt mir So, hier mal ein Aufzug Den wir vielleicht rufen können Die Steuerung muss woanders sein Ja, natürlich Was steht hier? Suche nicht den Pfad Kehre in die Stille zurück Reisender Und der Weg offenbart sich Das sagt sich so leicht, wenn man schon in Frieden ruht Es ist wieder Ah Okay Ähm Das Da komme ich doch nicht hin Oder doch? Okay, das hat geklappt Und jetzt hier rauf Alles klar Uh, Franz Oh, was zum... Wer bist denn du? Komm schon, du schaffst das Was machst du hier einfach so? Ja, das ist BD1 Ich bin Pili Ich hatte heute gar nicht mit Pilgern gerechnet Was machst du hier draußen? Ich gebe mein Bestes Aber hier wächst nur sehr wenig, wie du siehst Du solltest das Kobo-System sehen Dort wächst alles Klingt wunderbar, vielleicht mache ich das Sag dem Barkeeper in Pilon Salon einfach, dass ich dich geschickt habe Er wird sich um dich kümmern Äh Okay Pili Walde Pili, die Gärtnerin wurde jetzt zu der Dachgartenpilons rekrutiert Wenn du Pili rekrutiert hast, kannst du zusätzliche Gartenparzellen freischalten Indem du von den Pflanzen wachsen lässt, bis ihre volle Größe erreicht haben Sind alle Parzellen freigeschaltet, erhältst du spezielle Gartenarbeitfähigkeiten Ähm... Ja, ich weiß ja nicht, ob ich das fertig mache Also das mit dem Gartenarbeiten Ja, du kannst das mal hier aktivieren Das hier führt zur Brücke Achso, da müssen wir sowieso hin Hat es hier noch irgendwas Geheimes? Ne Na gut, dann Einmal hier rauf Vielleicht beides Hm, ist das ein Secret? Red Oh, geil Was haben wir denn hier Schönes? Hm, was genau? Kann ich da irgendwie rüber? Ach, das ist das Aufzug Oh, oh, was, 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 was Ähm... Kannst du wieder rauffahren? Dankeschön Ich versuche jetzt einfach mal da rüber zu kommen Äh... Ah... Und wie komme ich jetzt hier wieder weg? Okay Vermutlich nicht wie gedacht, aber es hat funktioniert Und... Wie komme ich jetzt hier hoch? Hm... Hier komme ich nicht hoch Also hätte ich sowieso da lang müssen, sowieso aussieht Ah... Okay... Sieh mal da Die Brücke zur Pilgerzuflucht Uh, da ist auch was Yes Mal schaffen wir das einfach da so rüber Geil Das ist tatsächlich ein sehr gutes Timing Ausgedient die Brücke Ich würde sagen Hier machen wir erstmal Pause Was haben wir hier? Achso, da könnten wir vermutlich runter oder rauf Je nachdem Und wir sehen uns dann In der nächsten Episode wieder Wenn es euch gefallen hat Lasst vielleicht einen Daumen nach oben da Oder einen Kommentar Wenn ihr ganz wild seid Da haben wir jetzt sogar Kanalabonnenten Und... Unterstützt mich da Bzw. Kanalmitglied zu Also... Bis denn dann Liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr kein Upload mehr Bis denn dann Euer Brabura Bis zum nächsten Mal Tschö tschö tschö